Maserati meldet sich mit einer der Ikonen der Marke zurück. Der italienische Hersteller präsentiert das neue Maserati Grand Tourismo Coupé, geht aber durchaus andere Wege, denn das neue Coupé kommt sowohl mit einem leistungsstarken Verbrennungsmotor als auch mit reinem Batterie-elektrischen Antrieb. Damit Hallo und herzlich Willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal, zum gleichnamigen Printmagazin. Das Maserati Grand Tourismo Coupé ist somit das erste Auto in der Geschichte der Marke Maserati, das zu 100% elektrisch angetrieben wird und 100%ig geht es gleich weiter. Der Grand Tourismo wurde im Maserati Innovation Lab entwickelt und wird im Werk Mirafiori in Turin produziert. Er wird zu 100% in Italien gefertigt und verkörpert das für alle Maserati-Modelle typische Konzept der Italian Luxury Performance. Den Verbrenner lassen wir mal außen vor, interessiert uns der Elektro-Bolide doch viel mehr. Der Maserati Grand Tourismo Fulgore, so wird nämlich das Elektromodell genannt, basiert auf der 800-Volt-Technologie und wurde mit modernsten, aus der Formel E abgeleiteten technischen Lösungen entwickelt. Drei 300 kW Permanent-Magnetmotoren treiben dieses Geschoss an. Die Batterie hat eine Nennkapazität von 92,5 kWh und limitiert mit der Entladekapazität von 560 kW auch etwas die Höchstleistung. 760 Pferdestärken stehen hier also maximal zur Verfügung. 83 kWh der Batterie sind nutzbar. Clever! Das Batteriepaket wurde um den Mitteltunnel herum platziert. Dadurch blieb das Design und die niedrige Fahrzeughöhe von gerade einmal 1,35 m. Mit einer Ladeleistung von bis zu 270 kW kann der Maserati Grand Tourismo Fulgore geladen werden. Die Reichweite soll bei bis zu 480 km liegen, allerdings nur, wenn man den Pferdchen nicht allzu auf die Sporen gibt. Der Sprint auf 100 kmh sei nach 2,7 Sekunden erledigt. Maximal sind Tempo 320 möglich. Preise sind noch unbekannt. Bei der Ausstattung und bei den Assistenzsystemen wurde nachgelegt. Neues Infotainment, neue Displays, Head-Up-Display und, und, und. Sicherlich wieder kein bezahlbares Auto für die Massen, aber wieder ein klasse Auto mit den richtigen Komponenten. Oder? Was sagt ihr? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare, lasst uns gerne gemeinsam diskutieren und hinterlasst auch für den Algorithmus ein Like und natürlich ein Abo. Liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion, euer Jens. Ciao! Vielen Dank!